Jetzt dürfen wir jedes Mal das Medipack nehmen. Die hätten das Medipack vor den Speicherpunkt nehmen müssen. Naja, es geht ja zum Glück schnell. Wir verbinden uns ja nicht hier eine Dreiviertelstunde. Au. Wir können darüber hüpfen. Natürlich. Warum bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen? Oh Gott, Alter. Ja, einmal mit Profis und Intelligenten arbeiten. Wir können doch darüber springen. Ja. Jetzt habe ich es. Ich frage mich, hat er die Zombies hier unten eingesperrt, oder? Oh. Wo geht es lang? Hilfe. Ja, wunderschön. Virgil will be your guide. Aha, Virgil heißt er also. Quick, you're doing very well. Follow the directions. They'll take you to the end. Ja, später. Lass mich erst mal schauen. Aha. Das hat nicht gerade wirklich weitergeholfen. Der Trappdor ist geöffnet. Es hat einen bekannten Öffnungsmechanismus, den ich von hier nicht manipulieren kann. Hier. Macht er mir jetzt da das Tor auf, oder macht er das jetzt? Er macht das auf, okay. Der Typ wirkt auch echt nicht mehr ganz, ganz bei Kette, da. Noch eine Seite, die aus einem Gedichtsband gerissen wurde, den ich im Wartungstunnel gefunden habe. Hier steht ein Gedicht. Ein Windstoß fuhr aus dem bedrehten Auen. Es blitzt ein rotes Licht, das jeden Sinne kannst du trauern. Deswegen rieche ich nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So schnell kann ich nicht lesen. Ich habe eine Schleuder gefunden. Okay. Kann ich mir jetzt einen Schleudern? Haben wir. Süß. Mein wahrer Geist hat diese Welt ein lange Zeit vorgelegt. Aha. Okay, wir haben eine Schleuder. Damit können wir uns schon mal vielleicht ein wenig verteidigen. Vielleicht auch oben der, naja. Das da. Ja, natürlich. Hast du mein Leben einfach, um mich zu töten? Ist das einiges Test? Du machst sehr gut, mein Freund. Du bist fast perfekt. Komm hier. Sag mir, wenn du... Nicht jeder kommt so weit. Es ist immer schwierig, zu bleiben, zu bleiben und zu bleiben. Auch so in diesen Tagen. Warte. Ich muss meine Freunde finden. Einer von ihnen wurde auf dem Weg zu dem Sicherheitspunkt. Lauf ihn hinterher. Naja gut, du kannst das nicht. Kanalisation irgendwo unter der Stadt. Der Sammler. Diese Tunnel sind unglaublich. Der Penner hat sie verändert. Er muss verrückt sein, aber er hat sich hier unten ein Königreich errichtet. Ich hätte das nicht getan, aber er hat eine Festung in einer Welt geschaffen, in der es kaum noch Sicherheit gibt. Und darauf kommt es doch letztendlich an. Auf die Entscheidung, die wir treffen. Sie sagen etwas über uns aus. Einige beschließen, sich zu verstecken. Und er ist einer, der sich versteckt. So, ich konnte meine Schleuder benutzen. Vorsicht, kein ins Auge gehen. Bonk. Ah, warte, warte. Haha. Woh. Na, wäre mir das mal auf den Döns gefallen. Das wäre ja was. Ich vermute mal, ich kann damit seine glorreichen Stacheln kaputt schieben. Indem ich das jetzt... Ah, die leben noch, ey. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Da hinten zappeln die Zombies noch. Die Wälder sind voll von Bildern. Sie sehen wie Symbolen, um durch das Labyrinth zu navigieren. Alter. Alter. Aua. Aua. Mann, warum macht er denn das überhaupt? Kann doch nicht sein. Ich bin auf der, ich weiß noch nicht, wie wir da durchkommen. Ich weiß noch nicht, wie wir da durchkommen. Es sieht sehr... Ja, ist nicht leicht. Ich weiß noch nicht, wie wir da durchkommen. Ich habe noch keine Idee. Piu. 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 Na, keine Arme, keine Kekse, war? Eine ekelhafte Kette aus Rattenknochen. Diese könnte einen bösen alten Mann, wie diesen Irren, der auf die Probe stellt, gehören. Aha. Piu. Ja, schön, dass wir das gefunden haben, aber das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Piu. 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 Kommo.. Junge... Suizidu? Oder wat? Man.. Kann's doch nicht einfach.. Kommt aber auch! Und jetzt nicht so überstürzt hier! Ich habe keine Idee.. Können wir schweben? Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob das irgendetwas bringt, aber... Ich... Wie sollen wir denn da durchkommen, verdammt? Ich habe keine Idee. Gar nicht. Gott sei Dank haben wir so viele Leben. Wie sind wir da... Verdammt. Wie sind wir da jetzt durchgekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir da durchgekommen sind. Okay. Ich versuche es einfach nochmal, so wie ich das gerade eben gemacht habe. Äh, hä. Warte, da können wir... Oh Gott. Ah, ein Speicherpoint. Gott sei Dank. Wie kommst du denn darauf, dass der alte Mann mit dir spielt, hä? Ja, natürlich, ne? Müssen wir wieder ein bisschen näher ran, so. Tchuuu. Kling. Ganz zauberhaft. Äh, das hat er alles alleine gebaut? Äh, das soll ein Penner gewesen sein? Kein Ingenieur? Oder ein geisteskranker Ingenieur? Ich weiß es nicht. Gibt mir schon auch geisteskranke Ingenieure. Zum Beispiel den, der den Berliner Flughafen entworfen hat. Ja, weißt du, was die mir sagen? Überall liegen Stacheln. Geh einfach weg. Piuu. Kommen wir da irgendwie... ran oder so? Ja, es war... Also in Stresssituationen sind meine Reaktionsfähigkeiten ein Traum. Na Gott sei Dank. Nein, 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 nein. Tchuuu. Haha. Wir sind so intelligent. Manchmal. Ab und zu. Was ist das auch eigentlich wie eine Kanalisation? So sehen auch keine Kanalisationen aus. Oh Mann. Der Typ weiß, dass wir nicht schwimmen können. Diese perverse Sau weiß es. Guten Tag. Willst du zurück nach Hause gehen? Jetzt? Nein, 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 Mr. Wayne. Jetzt ist nicht die Zeit. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Aber ich... Ich... Der Typ... Ich... 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 Ich bin... Ich bin total verwirrt über den. Jetzt kommen wir wieder gut durch. Ich bin gut. Du hast es gemacht, Mr. Wayne. Du bist jetzt glücklich, du verrückter Mann? Es ist ein langer Zeit. Ein sehr langer Zeit, die Reaktion hier leben. Wir leben hier oben. Selbst bevor der Epidemie. Du kannst es riechen, was passieren würde. Die Reaktion haben es riechen. Die Reaktion. Die Reaktion haben bereits fliehen. Du weißt? Komm mit mir. Es ist sicher hier. Okay. Naja, so wie er sich hier unten eingerichtet hat, sieht es wirklich aus, als ob es hier unten safe ist. Pew! Pew! Ich habe eine Schleuder. Ich bin Bart Simpson. Oh. Bonjour, monjour. Was? Entschuldigung. Ich habe eine Ratte geschnüffelt. When times change, men must change, Mr. Wayne. The Rat knew the world would end sooner or later, so I built my hideaway here. The evil cat will never look for a live rat in a rat trap. Make yourself at home. And don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? He should have been. He should have been back by now. The rat has a son. He can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home. But now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wayne? I already told you I need to find my friends. Help the rat. And the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are. Maybe even your family. Find my son before these men do. And you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay you for saving my life. Nachdem wir den Test bestanden haben. Take what you need before you continue. Are you hungry, Mr. Wayne? Would you like me to prepare you a little rat meat? No, lass mal. After all this, I don't have much appetite. Okay, wir sind jetzt im Versteck der Ratte also. Ich weiß nicht, ob er sich selbst Ratte nennt oder so. Was ich gerne hätte ist, naja, meine Knarre. Und meine Axt. Oh, nee, das brauche ich nicht. So, wie hier hinten noch. Oh, ja. Toll. Ein Polaroid mit dem Bild eines Jungen. Dem Sohn der Ratte. Im Teenager-Alter waren wir doch alle irgendwie Rebellen. Und das bewahrt er bei seinem Fleisch auf. Ja, der Junge liegt ihm am Herzen. Wie lange hast du es gesehen, Herr Wayne? Um eine Ordnung aus dem Chaos zu machen? Das Chaos kann man nicht mehr ordnen, mein Freund. Wo hast du meine Knarre, Junge? Ich hätte schon gerne meine Knarre wieder. Ich habe das Gefühl, das müssen wir mitnehmen. Ja, lauf doch hier nicht. Was machst du denn? So, einmal bitte mitnehmen. Ich habe das Gefühl, das müssen wir mitnehmen. Ich weiß nicht, warum, aber... So, jetzt machen wir hier Peng. Was macht der da oben? Mhm. Nimm die Kiste mit. Ich kann mitnehmen, was ich will. Ich weiß nicht, wie der Mann sich selbst ein Ort zu bauen würde, wo er sicher sein würde. Hier! Meine Kiste! Ich möchte gerne da rüber. Huhu! Haha. Ah, geht doch. Machen wir uns den Weg mal offen. Sehr schön. Ich vermute mal, MC Kiste müssen wir mitnehmen. Dann tun wir das auch gleich. Aber wo hat er jetzt unsere Knarren, verdammt? Nimm, was du brauchst. Du hast keine Sachen hier. Warum erzählst du mir, dass ich mir nehmen soll, was... Was, was ich brauche und keine Sachen hier hast. Also bitte. Du hast keine Waffen hier. Du hast keine Munition hier. Sehr schön. Den Weg machen wir uns offen. Wir schieben das Ding ein bisschen zurück. Womps. Womps, die Schwomps. Knarre? Hier drinnen vielleicht? Eine alte Illustration der neuen Kreise aus Dantes göttliche Komödie. Anscheinend hat der Klassiker dem Rattenmann beim Bau seiner Zuflucht als Inspiration gedient. Aha. Dantes Inferno also. Aber ich sehe hier keine Höllenkreise. Aha. Lebt noch. Alles ist gut. Nichts passiert. Was hat denn das jetzt gebracht? Aha. Was hat das jetzt genau gebracht? Hallo? Rattenmann. I am pretty verwirrt at the moment. Ich bin... Lauf ich gerade zurück? Äh, ja. Ich lauf zurück. Oh, das durf... Das durfte ich machen. Ah, was haben wir da oben? Was haben wir da oben? Was haben wir da oben? Puh. Das ist Sander irgendwas. Meins. Eine Ehre-Medaille vom Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser verrückte alte Mann war vor langer Zeit ein Kriegsheld. Aha. Ist ja schön, wie wir in seinen Sachen rumstöbern. Aber sind nicht alle verrückten Männer damals mal ein Kriegsheld gewesen und sie haben es alle einfach nicht verkraftet? Ich kann es mir zumindest vorstellen. Ich glaube nicht, dass man so einfach einen Krieg verkraftet. Genau so wenig, wie man das hier verkraftet, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist das Schlimmste. Hä? Ich mach mal da hoch. Hui. Vergackt. Nein, oh, ja, okay. Der Typ hat's. Ja. Mehr und mehr Bücher. So viele Pächer in deinem Kopf können niemanden verrückt. Gar nicht wahr. Na jo. Du machst das traumhaft, Alter. Du bist eine richtige Ballerina in deinem, äh, Parcours laufen. Du bist die Parcours-Ballerina von heute, du. Danke. Oh. Warum bin ich da überhaupt hochgeklettert? Ich glaube eher weniger, oder? Ja, ich bin... Ich bin schlau. Okay. Ich vermute mal, den hier müssen wir jetzt da runterschieben, also da drauf schieben, dass das in den Käfig fällt, damit wir sein Käfig kaputt machen. Weil die Ratte hat uns geholfen, deswegen demolieren wir seine Einrichtung. Natürlich. Also alles andere würde ja auch keinen Sinn ergeben. Bom. Du brauchst meine Hilfe, du musst nur mich kreieren, Herr Wayne. Ich werde dir helfen, zu dem Weg zu meiner persönlichen Hilfe. Ja, ja. Hast du gesehen? Ich hab dir an, ich hab dir nachgepfiffen. Der hat uns nicht unsere Knarre wiedergegeben? Ich habe ihn. Ja, ja.